Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Ganz Deutschland ist von Musik aus der Retorte besetzt. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Orvojanern bevölkert das Haus hört nicht auf, den konsumgesteuerten Eindringlingen Widerstand zu leisten. Welch angenehme Überraschung. Ach nee, der Morgen ist reich an Überraschung, Leonida. Ja, wir haben gehört, dass Orvojas will ein Festival machen. Da wollten wir zu euch stoßen. Wenn ihr auf ehrliche Musik ausseit, könnt ihr uns gerne begleiten. Was? Ihr bietet nur diese Handvoll idealistischer Musiker auf? Ich meine, für ein Festival? Ich dachte, der Beitrag des Orvo-Hauses sei dem unseren zumindest ebenbürtig. Ist das nicht? Du, hier vorne, was ist dein Handwerk? Ich habe eine Castingshow gewonnen, Milady. Und du, Barda, was ist dein Handwerk? Schätzchen, ich habe schon tausend Bands groß rausgebracht. Außerdem habe ich das absolute Gehör. Und ich wette, ohne mich werdet ihr es nicht schaffen. Absolutes Gehör soll ja ein Segen sein. Und du? Ich? Ich habe eine Wassermelone getragen. Was ist eigentlich dein Handwerk? Hä? Ich bin Poptitan. Zeig's dir die da! Oh, Vujana! Was ist euer Handwerk? Mucke! 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 Ich glaube, mein Freund, ich habe hier mehr Musiker als du. Ich bin Poptitan. Bis zum nächsten Mal.